Sifu, gut dabei die Fische. Es gibt diesen Dunning-Krüger-Effekt. Gibt es denn auch im Wing Chun? Kognitive Verzerrung gibt es überall. Das ist logisch. Du kannst ja nur wissen, was du weißt. Und deshalb ist es bei jeder Kampfkunst, speziell auch im Wing Chun und gerade im Wing Chun, wo es ja natürlich viel zu wissen gibt, gibt es den Effekt natürlich logischerweise auch. Grob, man kann nur wissen, was man weiß. Ist einfach so. Wäre es dann, da muss ich noch eine Frage stellen, wäre es dann sinnvoll, mehr Wissen zu wollen von jemandem, der mehr weiß? Ja, das wäre eigentlich der logische Effekt, ja. Dass man natürlich Wissen herbeischafft, egal wie. Natürlich jemanden, der entsprechend mehr weiß, ja. Ja, okay. Danke.